Wer ist das hier? Oh, Frieda, ich habe das gefunden! Was? Nein, ich habe es hier unter dem Pillow gefunden. Ich habe die Schokolade drin. Ach, wie kommt was? Oh, das ist was die Schokolade drin. Oh, shit. Hallo und guten Tag, mein Name ist Rudolf. Und heute kommt Pessach. Ich bringe es zurück. Ich bringe es zurück. Niemand will wissen, dass ich Schokolade habe. Aber das ist Schokolade. Okay, das hier ist das Buch des Pessach-Rules. Und das hier ist das, was wir brauchen. So, Zroa. Das ist hier. Das ist wie ein Schokolade. Pessach. Das hier. Charoset. Das sieht lecker aus. Mehl. Das ist Wasser. Karapaz. Ich denke, ihr braucht auch dieses hier. Ich weiß nicht, aber es ist eine sehr, 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 sehr Farbe. Die israelische Nutella. The Jewish people think that they built the pyramid. It takes them more than a year to finish building a small part of the road here. Und they built the pyramid. Another really important costume is to leave another small glass of wine for this person named Eliabu Anabie. Eliabu is his name. Und Anabie means grapes. Eliabu is sort of like the Jewish version of Santa Claus. The only difference is he doesn't give you anything. He just takes. You put your finger and you do like this. Darm. Spardera. Kinot. Aroh. Dever. Frida. Und Behoot. This you do really strong so you make a step all over. And then you look like this. So, this here is the main event of this evening. This is called Gefielte Fisch. Fisch means a fish. Und Gefielte means a carrot on the top. I'm going to try this now. Can you cut? Can you cut the video? Fritz! Fritz, here is this. Mmm. This was so good. I really recommend this saying here. In Deutschland we have a saying. If you don't have time to buy bread, then go and buy cakes. Why not? No, I wasn't doing anything. No, I was just listening to the radio.